du hast ja zwei Waffen ich hab ja nur eine Sanitäter ja du bist doch anders hey wieso hab ich zwei Waffen das ist auch zwei Waffen nein ich hab nur eine ja Schusswaffen ja ich hab nur eine Schusswaffen ich hab auch nur eine Schusswaffe doch so ein Schottflinte oder nicht die und mehr hab ich auch nicht du hast dieser Feuerscheiß-Talter und Schottflinte oder er ist an der Fall ist ein Faktum das ist ein Faktum er er ich habe er da haben wir uns auf dem Faktum den Prozess und sagt Sendry E da hat er 3 als ich jetzt gar nicht bei jetzt nicht 4 da steht hier um und mit mir jetzt nach zwei Prozent Prozent und das ist ein wir würden die Mützgülle ist in aber sie sind nur die Welt er wird niedergeschlagen vor allem starke alle die Bombe an die mich erhältlich sind echt schuld was sind sie sonst einen bieter das war's ist ja baby sie gestorben Jungs und ich denke er hat gerade gemacht in Ortsentwickler im Leben Jumala ein Jumens im Alltag mit einem Baseballschläger von Sandmann also der ist übelst gut gar nicht in Sandmann es muss stehen das wäre die Bombenkünfte immer noch so und ha hat ok er hat verloren um uns macht es kein scheiß er hat noch wenig Leben ja auch was ich die ganze Zeit auf die ja war es nicht jetzt komme ich auch das war ein Verloren also und dann das was dann für heute da also er ist noch mal eine gute Erklärung der Ölskirche ist alle seine Schuld schreibt in Koptari also dann das ist ja schuld ja also ihr schreibt jetzt in Klammer um Schichiboy1 also Schichiboy1 also mein richtiger Name schreibt ihr rein in Klammern wenn ihr meint dass ich schuld bin dass wir verloren haben ok der aber meint dass Ölskirche schuld ist dann schreibt ihr einfach rein natürlich ok also dann tschüss ciao 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 ciao